hallo ihr lieben ich habe ein bisschen was zu zeigen ich war beim action und ich habe ein bisschen was gebraucht gekauft ich weiß glaubt zum vierten mal bei drei unterschiedlichen actions weil ich diese inkpads da suche aber irgendwie gibt es die hier nirgends oder sind schon wieder weg ich habe keine ahnung und irgendwie kaufe ich dann doch jedes mal aus frust irgendwas anderes in den anderen beiden action gab es aber nicht so wirklich was aber da wo ich heute war habe ich ein bisschen was zumindest gefunden wie gesagt was ich dann aus frust mehr oder minder gekauft habe ja es ist nicht wahnsinnig viel aber es ist was dabei wo ich mir gedacht habe das können wir vielleicht gleich mal testen und ich würde sagen wir fangen einfach direkt an ich zeige euch jetzt erst die drei stempel setze die ich in einem flohmarkt gekauft habe vom kreativ depot sind die ursprünglich und zwar sind es lauter so hintergrund stempel sie hat sie mir so geschickt also auch mit den hüllen das fand ich echt voll cool also einmal hier hintergrund herz rein ich habe keine ahnung ob es die so bei kreativ depot noch gibt dann einmal hintergrund skript 1 dann gibt es da wahrscheinlich mehrere von und einmal hintergrund nadelstreifen genau es tut mir furchtbar leid ich habe husten so einen schönen trockenen von daher wird es leider ab und zu passieren dass ich kurz husten muss ich hoffe das ist nicht weiter tragisch so genau die habe ich alle gebraucht eben gekauft acht stück das acht euro das stück so sie hatte einige eingestellt und ich hätte auch theoretisch noch ein paar andere schön gefunden aber man muss sich ja auch mal zusammenreißen ihr kennt das so einmal das dann wie gesagt beim action frustkauf weil ich nicht das bekommen habe was ich wollte einmal habe ich mir hier diese notebooks mitgenommen liebe grüße an elena weil die habe ich bei ihr gesehen miss lady bug ich grüße dich die hatte sie gezeigt und ja die sind tatsächlich also ich würde halt sagen diese oberfläche ist immer ganz gut zum bekleben bei den ledernen oder oder heißt gummi mäßigen ist es immer ein bisschen schwierig da gab es diese zwei also habe ich diese zwei mitgenommen mehr gab es auch nicht mehr ach so preise doch kann ich euch sogar sagen wenn ich sie finde jetzt natürlich ich habe mich wieder nicht vorbereitet 1,99 kostet da 1 das ist a5 und wie gesagt ich habe mir gedacht die kann man wirklich mal verschönern oder tatsächlich auch einfach selber benutzen zum schreiben hier das pinke finde ich ja ganz cool vielleicht behalte ich das auch einfach selbst das das waren einmal diese dann habe ich das hier mitgenommen ja das sind halt so ja so schüttel klebe dinger wie auch immer ihr sie nennen wollt schleifen sternchen herzen hier sind so blütenköpfe das sind so halb perlen und hier noch mal herzchen ja hier sieht man es auch noch mal gab es nur in der farbe ich weiß nicht ob es da grundlegend andere von gegeben hätte aber da waren jetzt nur noch diese da und das hat gekostet 99 cent Entschuldigung wie gesagt es es hört einfach nicht auf genau 99 cent dafür dann habe ich das hier noch gefunden velum paper also so ein block und ich habe ja eigentlich gesagt ich kaufe davon keine mehr weil ich habe das so viele von und benutze es sehr selten aber das hier ist eine ausnahme weil der so also ich finde zumindest dass der so ein bisschen weihnachtlich angehaucht ist also auf jeden fall winterlich was für mich ja weihnachtlich sehr nahe kommt ja hier sternchen dann so ein karo muster das sieht doch aus wie so schneegestöber ja das ist so ja das ist so sieht so aus wie so ein strick muster und da sind so bäume ja also wie gesagt ich finde das hat halt was weihnachtliches winterliches und und dafür habe ich tatsächlich noch nichts deswegen habe ich mir das mitgenommen velum block hat gekostet und 1,65 so dann habe ich mir das hier mitgenommen das glaube ich kriege ich gar nicht ganz drauf 10 mal paper canvas aquarell das sind quasi hier so ja da sind halt so Motive drauf für den den es interessiert äh so man sollte nicht mittendrin anfangen hier ein Papagei ein Cat eine Katze äh was ist das ein Mops glaube ich der ist ja ganz witzig muss ich sagen ein oh wie heißen die denn noch ist das ein Leguan ne Leguan ist ein Reptilien oder oh Gott peinlich naja das ist ja auf jeden Fall move it aber ich weiß gar nicht wie sie heißen äh ein Hund und nochmal eine Katze ja aber mir geht es gar nicht um die Motive wie ihr hier sehen könnt kann man das dann eben so zu einem ja wie zu so einer Leinwand machen man sieht es hier auch ne das ist halt so vorgestanzt und gefalzt und ich habe mir eigentlich gedacht äh ich mag ja ganz gern solche Sachen so im Rahmen machen aber diese Rahmen machen das nervt mich immer tierisch weil es ist halt echt immer ein gefalze und gefalze und geschneide und und ich habe mir jetzt gedacht die kann man ja zweckentfremden hier genau so sieht es dann aus und gedacht ist quasi dass das Motiv halt dann nach außen schaut und man das dann wie so eine Leinwand wahrscheinlich aufhängen kann aber man kann es ja auch einfach anders herum falten und dann halt das Motiv überkleben weil also wie gesagt mit den Motiven kann ich jetzt nicht viel anfangen mir ging es tatsächlich um diese Rahmen äh mei es ist Aquarellpapier es ist also ziemlich stabil von daher dachte ich das könnte was werden genau dann habe ich mir noch was mitgenommen dank der lieben Nadine man wird hier ja immer angefixt äh von der Nadine habe ich äh zum Geburtstag etwas bekommen in so einem Rahmen das kann ich euch eigentlich mal zeigen von der Nadine Moment kann sich nur um Stunden handeln nein ich habe es schon kann man ja hier auch mal bewundern das hat die liebe Nadine mir zum Geburtstag gebastelt äh und das ist wie ihr sehen könnt dieser Rahmen ich dachte zuerst sie hat den Rahmen irgendwie selber gegossen aber sie hat mir verraten dass sie den nicht selber gemacht hat und dann bin ich beim Action zufällig dran vorbeigelaufen und habe die da liegen sehen und habe mir gedacht vielleicht klaue ich die Idee ja mal von der Nadine und dafür sind die Rahmen echt schön finde ich ich habe jetzt ähm hier so mint hellblau und rosa äh ich glaube weiß gab es noch aber weiß mag ich nicht so gern das wird auch so schnell fleckig und äh und es gab auch rund und oval auf jeden Fall ich weiß jetzt nicht ob es noch eine Form gab aber mir haben die Runden besser gefallen als die ovalen deswegen habe ich die mitgenommen äh die habe ich allerdings schon beim letzten Mal mitgenommen da habe ich jetzt den Preis nicht mehr im Kopf aber ich glaube 99 Cent also die waren nicht sonderlich teuer äh die sind jetzt halt hier nicht mit auf dem Kassenzettel weil ich die beim letzten Mal schon gekauft habe ähm so was kann ich achso den kann ich euch auch mal zeigen wer sowas mag ein Slush Puppy also das ist quasi ein Slush ähm da ist wohl kein zusätzlicher Zucker mit drin das ist ja schon mal nicht verkehrt ich stehe ja total auf so Slushies auf dem Jahrmarkt und so wo es die halt gibt ähm aber selber wird das eigentlich normal nicht so richtig was ich habe die halt jetzt mal da stehen sehen und habe die mitgenommen da kostet einer 89 Cent die sind relativ groß gab es äh drei Sorten hat jetzt mit Basteln an sich nichts zu tun aber wie gesagt vielleicht äh sucht ja jemand sowas ob das dann was wird weiß ich noch nicht ich probiere es aus Entschuldigung ich habe mir vorher noch gedacht ich sollte kein Video machen aber sonst liegt es hier immer ewig rum so jetzt ja einmal habe ich hier solche Brushmarker mit Glitzer mitgenommen ich habe tatsächlich nur diese Farbe mitgenommen es gab auch noch andere Farben aber gibt es ja eigentlich Farben ach hier Milk White Thunderstorm Grey Denim und Black Moon äh nehmen wir mal Grey Denim oder auch nicht gehen die da gar nicht so raus mein Gott wie sind die denn da drin ja ihr seht schon wir sind hier wieder super vorbereitet mein Gott muss ich es jetzt echt so aufreiten vielleicht hätte ich es von der anderen Seite aufmachen müssen ich sage mal die sind da ja rein gebrettert ja 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 Leute jetzt habe ich keine Lust mehr jetzt weiß ich es komplett auseinander so gut doch noch geschafft also Glitter Brushmarker ich habe hier mal ein bisschen Papier schauen wir mal irgendwo ich denke man muss wieder pushen und shake push test ok also erst shake und dann haben wir hier push oh ja man sieht auf jeden fall schon mal dass die Farbe da unten rauskommt oh 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 ja also so wie das jetzt hier drauf ist sieht es total grün aus das sieht ja voll grün aus ich meine kommt das in der Kamera rüber aber das ist doch grün oder also für mich hier sieht es aus wie dunkles grün ist jetzt nicht hässlich aber hat jetzt für mich nichts mit äh wie war die Farbe jetzt habe ich es schon wieder vergessen Grey Denim ok ja also funktionieren tun die gut die glitzern auch schön finde ich also das ja aber wie gesagt ich weiß nicht ob die Farbe so könnte man es glaube ich sehen aber das glitzert doch grün oder ok jetzt müssen wir sie alle ausprobieren wenn wir eh dabei sind aufgerissen ist es ja jetzt also dann haben wir Black Moon ich glaube man darf da nicht so viel drücken sonst tropft es da total raus zu wenig aber auch nicht ok ja das ist schwarz da kriege ich das ein bisschen heller noch für euch also das ist eher ja da lässt sich der Glitzer ganz schlecht einfangen habe ich das Gefühl also die Grundfarbe ist schwarz und der Glitzer ist so ein bisschen bläulich würde ich behaupten wie gesagt ich befürchte ich krieg das für euch nicht so eingefangen ja aber das ist okay Black Moon stelle ich mir tatsächlich auch so schwarz dunkelblau vor da denke ich an so eine so einen dunklen Nachthimmel der halt so ein bisschen dunkelblau mit drin hat also das ist okay die Farbe gehe ich mit ich entschuldige mich mal wieder dann haben wir das ist jetzt Thunder storm und dann 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 die das das wäre jetzt für mich ein Grauton also Silber Weil dadurch, dass Glitzer drin ist, ist es halt irgendwie silbrig, wenn überhaupt was kommt. Also der ist jetzt aber auch schwierig von der Farbe her. Vielleicht habe ich auch nicht genug geschüttelt. Ah, jetzt auch. Ja. Also das ist halt so ein silbriger. Ja, silbergrau. Halt. Ja, das ist okay mit der Farbe. Also ich finde auch diese Farbe schön, aber es ist halt jetzt für mich nicht Grey Denim. Vor allem Denim wäre ja dann auch eher ins Bläuliche. Naja, auf jeden Fall, das ist so silbergrau, auch schön. Und dann haben wir noch Milky White. Ihr könnt mir jetzt dann einfach mal, ich mache jetzt mal ein Video, wo ich einfach 20 Minuten shake. Und dann habe ich noch einen Deckel. Vielleicht findet ja jemand das Geräusch beruhigend. Ach so, ja, das sieht man jetzt hier natürlich nicht wirklich. Ich muss mal, warte jetzt mal, ich muss mal gucken, ob ich ein schwarzes Papier gerade habe, auf die Schnelle. Das ist ja immer so, wenn man dann was braucht, dann hat man es nicht. Aber ich kann auch dunkelblau, müsste ja auch gehen, oder? Probieren wir es mal auf dunkelblau. Ja, also ist halt einfach weiß mit Glitzer. Wie gesagt, ich glaube, man kann den Glitzer nicht so gut einfangen über die Kamera. Aber sie funktionieren an sich alle gut. Ich finde die auch schön. Ich habe mir die Farbbezeichnungen nicht angeguckt. Ich dachte irgendwie, oder ich hatte gehofft, dass der hier, also so vom Optischen her, dass das durchsichtig quasi ist mit Glitzer. Jetzt ist es halt so weiß. Weil, ähm, ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja. Ich habe mir da deswegen auch nicht alle Farben mitgenommen, weil ich die eigentlich, wenn ich irgendwas beglitzern will, dann nehme ich immer klaren Glitzer, also ohne Farbe. Weil das kann ich halt überall drauf machen, ohne dass sich da was an der Farbe verändert. Und die haben natürlich jetzt alle eigene Farbe. Von daher weiß ich eigentlich noch gar nicht so genau, was ich am Ende damit anfange. Aber sie glitzern auf jeden Fall schön und erfüllen ihren Zweck. Mal schauen. Wenn man, wenn man gut im Lettering ist, dann kann man die vielleicht auch dafür benutzen. Sind ja so Brush Spitzen. Ich bin da halt nicht gut drin. Aber theoretisch kann man damit dann vielleicht was schreiben. So. Und jetzt zu guter Letzt. Ach so. Börschpen Glitzer. 1,99 kostet da eine Packung. Habe ich das hier mitgenommen. Das ist aus der Kinderabteilung. Keine Ahnung, ob das was taugt. Aber ich fand diese Prinzessinnen halt so niedlich. Da gab es noch ein Set mit so Bauernhoftieren. Das hat mir jetzt nicht so gefallen. Wie gesagt. Ich habe mir jetzt gedacht, wir probieren das jetzt auch mal schnell aus. Ich kann euch überhaupt nicht sagen. Das sind jetzt keine normalen Stempel, würde ich behaupten. Also. Ah ja doch. Guck mal. Ich dachte nicht, dass da so eine Gummidings unten drunter ist. Tatsächlich. Ja, oben ist halt so. Ja, wie so Schaumstoff. Aber hier ist ein Gummistempel. Ja, interessant. Dann stempeln wir die doch jetzt gleich mal. Ah, das habe ich gar nicht gelesen. Und Inkpad. Okay. Ja gut, das werde ich sowieso nicht benutzen. Aber wir können es ja jetzt mal ausprobieren damit. Ja, Bombe. Es funktioniert auf jeden Fall schon mal an meinen Fingern. Aber lässt sich auch gut abwischen an den Fingern. Ja, keine Ahnung. Das ist ja blöd mit dem Dingens. Das muss ich ja irgendwie... Ganz komisch. Ja, das ist auch nur in so einer komischen... Ja gut, wie gesagt, es sind Stempel aus der Kinderabteilung für Kinder zum Basteln. Na ja. Es ist jetzt nicht perfekt, der Abdruck. Aber es wird. Wenn wir jetzt ein anderes Stempelkissen vielleicht nehmen. Eins ist das nicht so. Das ist schon sehr saftig. Da ist alles, alles voll. Aber jetzt schaut euch das mal an. Mal dafür, dass es jetzt... Ah ja. Da habe ich schon schlechtere Stempelabdrücke gesehen. So, jetzt machen wir es mal mit Memento. Schauen wir mal, ob ich es dann besser hinkriege. Na, ich sag mal. Ja, die Beschaffenheit ist halt komisch. Also ich denke mir halt, es geht über kurz oder lang, geht es dann wahrscheinlich kaputt. Dieses komische Schaumstoffzeug. Wo hat es da nicht so gestempelt? Hier. Ja. Guckt euch das doch an. Also. Der Abdruck ist aber 1A. Also ich meine für... Jetzt wartet mal, was haben die gekostet? 1,59. Also für 1,59 ist der Abdruck aber wirklich Bombe. Muss man jetzt ehrlich sagen. Also da kann man nicht mosern. Noch eine abstempeln. Hier, die hier vielleicht mit dem Cupcake. Weil die finde ich auch richtig niedrig. Ja, das Stempelkissen, das kann man natürlich vergessen. Also muss man sagen. Aber... Ja, man sollte vielleicht auch einmal den Stempel abwischen. Na ja. beine hat aber wahrscheinlich weil das kleid so lang ist haben die alle keine beine doch die eine hat beine ja also wie gesagt für 159 kriegt man da acht stempel hier dieses kleine schloss finde ich auch zuckersüß und ich meine jetzt wird das geld hat das jetzt nicht geschlecht gestempelt also finde ich finde ich okay da kann man was mit anfangen ja also wenn ihr da interesse dran habt wie gesagt in der kinderabteilung sind wie es gibt auch eben noch ein set mit so bauernhoftieren aber das brauche ich jetzt nicht so aber also kann man nichts sagen finde ich weil ich sage mal michael 159 da ist es halt auch jetzt nicht so tragisch wenn man sich die holt und vielleicht bloß einmal in drei jahren benutzt und da ist es an sich jetzt auch nicht furchtbar tragisch wenn die kaputt gehen höchstens in bezug darauf dass man dass sie einem halt gefallen und so schade ist wenn sie kaputt gehen aber ich sag mal wenn sie mir jetzt so wunderbar gefallen würden dann könnte ich auch für 159 einfach zwei oder drei packungen kaufen mit ihr auf vorrat halten ja also ja also wie gesagt so sieht es noch mal aus und findet ihr bei den kindern kinder sachen kinder basteln sachen ja das war es jetzt aber auch heute ein bisschen chaotisch und ein bisschen nervig wahrscheinlich mit meinem wussten es tut mir leid ich denke nächstes mal werde ich mit husten kein video mehr machen ich wünsche euch einen schönen abend einen guten morgen eine gute nacht was auch immer wann auch immer ihr das video schaut passt alle auf euch auf und bis zum nächsten mal